Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und, ähm, ja, ihr seht's, ich hab ein Fenster. Und ich hab dahinter ein Fenster mit einem Muster. Ähm, ich hab alles abgerissen, ihr seht's. Und zwar, ich weiß, woran der Fehler... woran der Fehler lag. Und zwar hab ich hier nämlich vier Füße drin. Und nicht nur drei, wie es vorher war. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die richtig setze. Die waren... Ich glaube... nein. Die sind alle dicht beieinander. So war das, glaub ich. Genau so. Und, ähm, ich hatte vorher nämlich nur drei von diesen Querbalken, äh, von den... von den Längs... Längs quer? Ist es Längs oder ist es quer? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall von diesen hier hatte ich nur zwei... äh, drei drin, deswegen passte das auch nicht. Ja, und jetzt... jetzt funktioniert das dann auch. Werdet ihr jetzt sehen. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Ja, jetzt haben wir hier in der Mitte nämlich dann... Den schmalen, ja? Und oben den... nee, das passt immer noch nicht. Hä? Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch... Hey, ich bin doch nicht... Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bin ich jetzt ganz plem, plem? Oder ist der höher? Es kann sein, dass der oben höher ist, ne? Der geht nur bis... Ach, der geht nur bis da drunter. Ja, richtig. Der ist auch viel zu hoch hier. Der ist viel zu hoch. Deswegen, da liegt der Fehler. Da liegt der Fehler. Da liegt der Fehler. Jetzt funktioniert es auch. Ihr werdet sehen. Jetzt geht es auch. Jetzt haben wir es auch. Ah, mein Gott. Genau, jetzt passt es auch. Ihr seht es. Jetzt ist es auch richtig. So. Ja, dann... ...werde ich natürlich definitiv auch hier diese Lichtleiste bauen. Die Lichtblöcke. So. Und hier natürlich den Fuß auch hin. Den ich jetzt hier hinzimmer. So. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf. So. So. Mittlerweile kann ich das schon fast im Schlaf. Aber nur fast. Sehr schön. Ich hatte einfach mal Bock, ein bisschen... ...ein paar Minecraft-Folgen aufzunehmen. Wir haben es jetzt... ...bei mir auf der Uhr. Es ist mittlerweile schon... ...viertel vor elf. Und ich hatte einfach Lust darauf. Ja. So. Zack, 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 zack. Mein Gott, zack. Wie schnell das alles geht hier. Türmchen bauen. Stütze bauen. Ja. Schon wieder verbaut. Aber gut, dass wir das immer rechtzeitig sehen und nicht erst zu spät. Das wäre peinlich, wenn man das zu spät sehen würde. Aber so schlimm ist es auch nicht. Wir können es hier abreißen und neu bauen. So. Das sieht super aus. Also, oben drauf dann wieder die Mauer. Sehr schön. Mein Gott, so langsam nimmt es Gestalten an, das Haus. Ist es überhaupt noch ein Haus? Ist es schon eine Brüche? Ich weiß es gar nicht. Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen. Was wir hier treiben. Und ich muss ja auch noch das Dach bauen. Auch noch alles. Und meine Güte. Und die Etage muss ich auch noch bauen. Ah, da steht noch so viel an. So. Huch, das war zu hoch. Das war genau richtig. Das war auch genau richtig. Und das war auch genau richtig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nice. Können wir auch direkt hier die Steinklätzchen drauf bauen. Und dann haben wir die auch. Wunderbar. Ich sag dir so langsam, ich hatte mal, letztes Mal nochmal die Folge 1 mir nochmal angesehen. Oder mal so kurz durchgeblättert. Von diesem Let's Play. Und ich muss sagen, wir haben uns ganz schön gesteigert. Also, was das schon für Formen angenommen hat hier. Das ganze Gebilde und, also Wahnsinn. Da haben wir mal überlegt, wir haben nur mit dieser, mit zwei, drei Füßen oder so angefangen. Und jetzt sieht das schon, ja, wohnlich kann man es nicht nennen, aber schon sehr akzeptabel aus. Also, es ist schon sehr toll. So, wunderbar. So, dann werden wir da hinten auch nochmal die Füße bauen. Oder beziehungsweise die Spitzen erweitern. Genau. Huch. Das stört ja nicht, wenn da drin ein Stein ist. Machen wir den aber weg. Wollen wir alles gleich haben, ne? Und du gehst auch weg. So. Sehr schön. Zack. Wah. 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 Mein Gott. Ich glaube, das wird zum geflügelten Wort hier. Dieses Wah. 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 Ich glaube, ich werde mal eine Folge, werde ich mal so eine Special-Folge machen, wo ich die ganzen Szenen zusammenschneide, wo ich immer nur diese Wah. 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 gemacht habe. Ich glaube, das wird, ja, jede Menge. Ich glaube, das wird über eine halbe Stunde. Ich glaube, das wird vielleicht noch länger irgendwie mal schauen. Auf jeden Fall, breiter soll es definitiv nicht werden. Es könnte hier schon auf jeden Fall wieder schmaler werden. Das heißt, wir machen, ähm, auf jeden Fall machen wir, ich würde sagen, hier machen wir noch ein Dings drauf. Hier auch und hier auch. Da hinten auch. Mein Gott, wie groß das schon ist. Ist ja unglaublich. Unfassbar, unfucking fassbar. Ähm. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein, eine eckige Mauer. Äh, eine, genau, eine eckige Mauer machen wir jetzt. Jetzt denken viele, hä, 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 wie eine eckige Mauer. Ich glaube, ja. Ich bin mir da noch nicht schlüssig. Wie? Die aber, ich denke, ja. Ich denke, ja. Die Musik ist schon wieder so laut geworden, aber naja, gut. Und ich denke, das wird dann auch das Ende des Gebäudes werden. Ja. So was ist eine eckige Mauer, die ich, glaube ich, aber noch ein, zwei oder drei Blöcke weiterziehen werde. Sehr schön. Huch, das war falsch. Ich werde von da hinten mal anfangen nochmal. So. So. Das sieht super aus. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Glaube ich zumindest. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, hier kommt gleich auch wieder dieser Fuß hin. Ein Füßlein. So kommt eine eckige, so nennen, das, das ist eine eckige Wand, lieber YouTuber. Ja. Falls du mir zusiehst, das ist eine eckige Wand in Minecraft. Huch. Falsch. So. Zack, 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 zack. Nein. Nein. So. Sehr schön. Ja, so kann man es auch machen. Dazwischen kommen wieder die leuchtenden Steinchen. Genau. Da, 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 da. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Und wir machen natürlich hier wieder auch ein Füßlein hin. Guck mal, wir haben das sogar fast parallel mit dem Standfuß da hinten gemacht. Aber nur fast, würde ich jetzt mal behaupten. Normalerweise hätten wir hier enden müssen. Genau hier, glaube ich. Ja. Genau hier. Genau hier hätten wir enden müssen. Hier, an dem. Okay, reißen wir es... Uah. Reißen wir es nochmal ab. Weil dann ist es nämlich... Uah. 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 So. So. Genau. Genau. Dann passt es nämlich auch einigermaßen. Ähm. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir müssen... So. Vier, fünf. Zwei, drei, vier. Ne, das ist ja auch Quatsch. Das ist ja total... Das ist ja totaler Quatsch, was ich jetzt hier mache. Denn wir müssen ja... Wir haben ja quasi genau auf der Ecke... Von dem Fuß haben wir ja genau gebaut. Das heißt, quasi muss er hier... So muss das ja sein. Im Prinzip... Im Prinzip muss es ja so... Äh. Moment. Jetzt muss ich mal kurz selber schauen. Da muss der ja weg. Der muss ja weg. Der muss weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Genau. Genau so muss es sein. Genau so muss er sein. So. Da müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt... Der kommt nämlich dann auch weg. Der kommt so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, drei, vier, fünf. Ne, ist auch falsch, oder? Ne, ist richtig. Yay. Yay. Ich glaube... Ich glaube, ja. Ne, ist auch falsch. Was mache ich denn da? So muss es sein. Genau so. Genau so und nicht anders. Nein, falsch. So. Genau. Wunderbar, wunderbar. Das hätten wir. Sehr schön. Und jetzt überlegt mal, man hätte jetzt jeden einzelnen schwarzen, den einzelnen weißen, äh, beziehungsweise, äh, man hätte jetzt den Turm, oder beziehungsweise die Stützen, kann ich euch ja mal als Beispiel zeigen. Hätte man zum Beispiel die Stützen so gemacht, zeige ich euch jetzt mal, aber nicht, dass mir das jetzt gefällt, weil dann baue ich das nämlich, dann baue ich das wirklich um. Wenn mir das wirklich gefällt jetzt, dann baue ich das um. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gefallen mir nicht, nein, nein, mir gefällt das, nein, ach, nee, man hätte jede einzelne Stütze so gebaut, oh Gott. Ich werde, ich werde ganz perplex mit diesen leuchtenden Steinen, aber ich glaube, ich glaube, lassen wir das jetzt erstmal so, weil, das wird das jetzt doch zu viel dann, das jetzt alles wieder umzupopeln. Ich meine, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das doch so gerne haben möchtet, so sehen möchtet, das sehen auch oben aus irgendwie wie Buchstaben, ne, A, C, D, naja. Ob ihr das so sehen möchtet, das dürft ihr dann mal entscheiden, ja, ob euch das so gefallen hat, wie es gerade zu sehen war, würde mich mal echt interessieren, wäre mal gespannt, was ihr dazu schreibt. So, äh, der kommt da hin, genau so, wunderbar, 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 ja, da kommst du jetzt nicht mal rein, ne, Schwein? Sehr schön. Diese Musik gerade im Hintergrund, ähm, so, zack, ja, 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 machen wir mal, ist denn jetzt parallel zu dem da hinten, haben wir den jetzt parallel gebaut, so, wir haben jetzt hier, genau hier, ja, der ist parallel zu dem, das heißt, wir müssen eine Breite bauen von, mäh, 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 so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich mach das jetzt extra so, damit ich weiß, wie viel ich bauen muss, neun war das, ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann kommt hier der Fuß hin. Mäh, 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 lalalala, zwei, drei, vier, fünf. Wunderbar, 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 wunderbar. Und da sitzt wieder Udo Jürgens am Klavier, meine Damen und Herren, das ist unglaublich. Udo Jürgens hier. Mit 65 Jahren, da fängt das lieber ein, mit jäscher, jäscher Jahren spiel ich Minecraft und hab Spaß daran. So. Ja, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Aufnahmepause und, ähm, ach wisst ihr was, wir sehen uns hier in einer weiteren Folge wieder und dann wird's sehr, sehr geil, weil ihr seht, so langsam nimmt's Form an und da hinten müssen wir ja auch noch die Schräge bauen, die Schräge Wand und, ach, das Mammutprojekt sag ich nur dazu und den Fußboden und die Etagen und die Treppen. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Minecraft Let's Play. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.